1, 2, 3 Und zack, schon sind wir anbauen, Leute, so schnell geht's Wir wollten eigentlich was anderes bauen, oh ne, die Türen Du hast mich wieder auf Sachen gebracht, das ist deine Schuld Toll, wir wollten eigentlich noch ein Rest zeigen Ich hab mir das sogar schon überlegt, mit dem Command-Block auf den Knopf zu drücken Über den Command-Block, dass dann die Tür aufgeht Du kannst das ja über Befehle so setzen, dass du das dann siehst, wie die rumschwingt Aber mit dem Schwingen ist das so eine Sache für sich, sieht nicht toll aus Ich hab's schon ausprobiert Ja gut, äh, Kathedrale, ne? Man könnte folgendes machen Man könnte dann, man könnte zwei Versionen bauen Ene offene und eine zur Und über den Command-Block dann einfach die offene und die zur einsetzen Ja, aber das sieht, da wechselt sie doof aus Ich wollte es ja eigentlich so machen, dass sie wirklich wie öff schwingt Naja, man kann, also das ist Ja, ich weiß, man kann's auch übertreiben und ich übertreibe gerne Ja, eben, man kann's auch übertreiben, richtig Hat's schon hier noch was getan? Was hat's nicht noch getan? Oh ja, weil hier Kirchengebäude entstanden ist Ist ein Sakrileg Kirchengebäude abgerissen worden Ich flieg mal kurz, oder? Zur Information Der fliegt so schnell, verdammt Ja, ja, ich hab Speed 3 Ne, Speed 2 Man spawnt ja hier Und wir wissen ja alle, hier unten drunter ist eigentlich noch ein Spawnpunkt Und der ist aber verschwunden als nächstes Ich muss mal hier kurz die Wendeltreppe nutzen Benutze ich mal Wie benutze ich denn? Hey, wie komme ich jetzt da drunter? Jetzt ja Bin ich da drunter, oder bin ich verkehrt? Ne, ich bin nicht Huch Das Speed 2 ist so schnell, aber Wir hatten nämlich eigentlich auch hier vor Das ist ja schon eine ganze Weile her Dass hier diese Start-Torn hin sollten Ah Aber das wird sich jetzt, entweder wäre es wieder öffnen Weil wir ja hier den Admin-Shop als nächstes nicht mehr brauchen Richtig Ich hab den zwar angefangen damals hier unten mit Aufteilung, wo bekommt was hin Aber das hat sich dann diesbezüglich erledigt Ich weiß auch nicht, ob ihr irgendwelche Ideen habt, was man daraus jetzt noch machen könnte Ob es gewollt ist Du kannst hier unten einen Katakomben hinsetzen Hä? So, so, Katakomben oder so Ja, die kommen doch unter der Kirsche Die Katakomben Aber willst du direkt unter der Kirsche bauen? Das kommt direkt dort mit unten im Turner So, die Frage ist jetzt bloß, die Regelwerk und die Informationssäulen Ah, kommen die mit hierher oder kommen die nicht mit hierher? Das bin ich halt noch am ein bisschen überlegen Das, was hier bleibt, ist dieser Turm Der innenläufige Turm zur Zisterne Ja, die wird er dann später auch noch rausgebaut Da kommt so ein bisschen das andere Völkchen in Ach, guck mal, da haben sie sich gerettet auf der Insel Hinter dir Ah, sah gerade alles Ist ja geil Und zack, schon haben wir Hier, Jungs, damit ihr auch immer was seht Hier Schön Schönes Ding Ja, aber wie gesagt Der Ausbau in der Zisterne mit der kleinen unterirdischen oder unterweltstadt Der kommt dann lass ich viel später Also die Löscher hier an der Decke, die haben System, hab ich das Gefühl Ja, die haben alles System Alles sein Grund Ja Das ist Gewischen Wo bist du? Da Das ist weg Aber nicht ganz weg Das existiert jetzt erstmal woanders auf der Welt Nämlich da, wo wir mal mit unserem allerersten Let's Play angefangen haben Da steht das gute Gerät jetzt an Ja, was stand denn hier wohl? Ich weiß es nicht, ich hab's vergessen Und hier ist noch was übrig geblieben Das ist aber das letzte Und das kommt auch noch weg Richtung Kathedrale Die alte Damals hier eine schöne, große, öffne Grünfläche Da sieht man natürlich auch den Fusch, den wir hier angestellt haben Mit den Häusern Die Fassade aber stehen lassen Die vorderste Fassade hab ich noch nicht weggerissen Da war dann Internet alles Ja, das ist dann so, was hier früher mal stand Das ähnlich, was ich vielleicht noch aufhebe, sind die Torbögen links und rechts Da werde ich mir noch was einfallen lassen, dass ich die mit integrieren in die Gegend dann Hier fehlt ja Ja, ja, so, ja, so wird gefürcht Wo ist der denn jetzt schon wieder? Ich will's gar nicht wissen Und, ach Das hab ich noch gar nicht weitergemacht Das steht schon seit Ewigkeiten hier so Da sollte ja eigentlich mal noch ein Haus mit hin Da hab ich mal eine schicke Fassade gebaut Ach nee, das war ich gar nicht Das hat er selber gemacht Das hier ist meins Was ich schön gesetzt habe Jetzt will ich das mal woher ist Dir fehlt O hinten Geilte Scheiße Hm Ein paar Häuser hab ich auch selber gemacht Von denen hier Welches hat's du gemacht? Das ist Orangschnee, ja Ja, genau Ja, da fehlt hinten die Fassade Die musst du dann mal später jetzt noch nachdenken Nee, 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 nee Du wolltest nur vorne eine Fassade haben Tja, ich kann ja nicht ahnen, dass wir Was ist denn das jetzt da? Guck mal, ich war sogar so kulant Ich will jetzt keine Lexware Online Banking machen Danke, nein Ich hab sogar Ja, da haben wir uns auch schon gefragt Ja, fertig Nach dem Update vom Virenprogramm Furchtbar Furchtbar Hab ich überhaupt OBS gestartet? Ich war sogar so übelst kulant Und hab In die kleine Seitengasse Dir auch noch Fassade hingemacht Ja, nee, so richtig Ja Du wolltest ja nur vorne eine Fassade haben Ja, und jetzt hat hier Ich hätte die Seite gar nicht machen müssen Jetzt hat der Eigentümer gesagt Ich hätte die Seite ja gar nicht machen müssen Jetzt muss halt der Architekt nochmal ran Ganz einfach Ich muss hier bei meinen Sachen auch nochmal ran Weil das jetzt nicht mehr hinhört Ich weiß aber auch nicht Hab ich das hier vielleicht Ich hab bei mir noch genauso gemacht Auch nichts gemacht Ich bin der Fahrer der Hund Ich fang an und Ach hier genauso Das muss ich alles nennen Bring nie was zu Ende, der Junge Da Nee, komm, die Kathedrale Na gut, die Kathedrale ist ja auch noch nicht zu Ende Da fehlt ja noch ein ganzes Stück Ja, eben Du hast schon wieder ein Projekt angefangen hier Nehmen wir noch mal eine Fassade von den Häusern War schon erstmal Kathedrale gebaut Ja Nur weil er den alten Zwist wieder auspacken wollte, ne? Die ist ja für jemand anderen nicht Ist ja nicht nur für mich selbst Hat er den alten Ich baue eine größere Kirche Zwist wieder ausgepackt Na, das ist immer so Den Zwist gibt's auch zwischen Kenado und Köln und Düsseldorf Angefang eine Update zu setzen Hat mir nicht gepasst Sah wahrscheinlich schöner aus Wie seine alte Kathedrale Ja, dann musste da wieder eine neue hin So ist das Ich will jetzt keine Aktualisierung Ha 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 Ah, schön Du könnt ihr mal nach Acery gucken, oder? Ja, aber das kommt eine kleine Ja So eigentlich gehen wir nicht Ach nee Ich habe TP gemacht Ich glaube, da muss Schwab So ist nicht Hä? Ah ha ha Habe ich wieder getroffen? Ah ha ha Habe ich wieder getroffen? so machen wir das schon einmal runter gesetzt die klappe kuh ist denn jetzt genug platz um hier was neues hinzusetzen ich weiß noch nicht was das mit dem garten muss ich mir auch noch mal überlegen ob ich das so lass mit dem gehänge wenn wir jetzt ein trauma machen müssen habe ich das gefühl spinnweben aktualisieren gibt es ja auch noch in der schule lassen wahnsinn die was mal hier von dem von arena von hinten und arena von hinten den kampfplatz und die gibt es immer noch kampfplatz die brücke gehst du siehst du den torbogen eingang zum zum portal was weiter deaktiviert ist relativ modus kommunizierte treppe lang geht es sich erstmal schwein ob ich eigentlich mein superkiller schweb machen habe ich nicht aber das habe ich aber die unten versteckt superkiller schwert das coole ist mit dem neuen too many items hast du diese gekrafteten diese entscheidenden wie war denn das my items da hast du schon mal gekraftete sachen die jetzt zusammengebaut hast hast du noch drinne ich musste klopfen das habe ich beim durchgucken mal gesehen da habe ich mir einmal die hast du doch neulich hast gekraftet sind die hier noch drinne ist so kreativ das war es alles so schön und ich will jetzt was ich hier noch lieber entscheiden kann das entschuldige ist und ich entschuldige wo muss anders das mit dem kraften 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 getränke kannst du darum machen ficken wirks und das text ist passiert was ich auch cool fand diese die leder zum beispiel kannst du dem jede mögliche scheißfarbe geben ja besser dir aus den aus der palette von den von den ganzen formen kannst du deinen farbcode raussuchen marine blau zum beispiel bauter bestehen 150 auf rosa grün 150 150 wo nochmal 150 marinesseher marine blau bau 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 Ja, genau, Signum-Text. Kannst du irgendwie... Das hab ich auch schon gesehen gehabt, aber das hab ich noch nie ausprobiert. Das was? Das ist wahrscheinlich so Standard-Text, die du hier irgendwie reinschreibst und der dir... Und du generierst dann das Schild direkt mit... Oder so, ja, genau. Irgendwie so. Uhu. Da gibt's schon tolle Dinge. So ist es, ne? So, schauen wir. Player-Köpfe. Da hab ich auch schon... Hab ich zwar mal meinen Namen versucht einzugeben, aber mein Kopf kam da leider nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich geb mal... A.K. Dog. Was? Gift commands. Exceeds. Leg. Gib mir den Kopf von A.K. Dog. Aber das ist nicht... Das ist nicht dein Kopf. Das weißt schon auch nicht, wie das funktioniert. Mach schon. Ach doch. Guck mal. He he. Hey, Junge. Da baust du ne Guillotine, Alter. Und dann kommt der hier hin. Bitte was? Baust du ne Guillotine und dann kommt ein Grob und davor kommt dann hier so... Ja, Kopf hier. Hältst du denn davon? Hm? Ist geil. Das ist... Das hat was irgendwie. Das ist auf jeden Fall genial. Find ich cool. Wenn der Kopf so öfft gespießt ist. Also du siehst den zwar nicht bei der Suche, aber du hast ne dann auf jeden Fall. Ja. Aber das mit dem Schild funktioniert irgendwie nicht. Da kommt... Ja. ...ne Meldung. Notenblöcke... Hast du mir noch? Gif Command Exceed Slack Limit. Oh, mein Englisch ist es. Gif Commander... Mochan. Notenblock kommt das gleiche. Heute ist irgendwas mit Mochan gesperrt. Fireworks. Große Kugel. Das funktioniert auch schon wieder mit den Flowers. Keine Ahnung, woher es liegt. Also wurscht. Großnehmen. Stub. Was macht denn der Schwörer? Ich weiß noch nicht mehr. Nichts. Naja. Nichts. Wer nichts sagt. Oh, ich will kein Nachtsicht haben. Ging das? Nee. Aber ich finde das... Ich finde das mit den Schwörern nicht mehr. Keine Ahnung. Die waren irgendwie hier oben drin nicht, glaube ich. Bei Enchanting. Bin ich mir aber nicht mehr sicher. Irgendwie war das. Save, Single, Only... Ach. Bei My Items mit dem Stern. Da kannst du dir... Das, was du gecraftet hast, ziehst du hier Drag & Drop. Also klickst du an und kannst du dann dort reinlegen. Irgendwo... Ja, vielleicht war es mein Favoriten. Ich habe es gerade gefunden. Das könnte durchaus sein. Bin ich mir noch nicht mehr ganz so sicher. Ich brauche hier eine Panne Milch. Hier oben. So. Wie lange wüssten wir es jetzt noch durchziehen? Nee, nicht. Ich verlasse es jetzt sein. Das dauert es noch eine halbe Ewigkeit. So. Was hat sich noch geändert? Ja, hier habe ich eigentlich... Also hier habe ich angefangen, ein bisschen einzurichten. Wisst ihr, was wir euch das letzte Mal gezeigt hatten? Das kann ich jetzt schon gar nicht mehr abschätzen. Zu viele Fehler dazwischen. Zu viele Aufnahmen sind verschwunden. Genau, hier ist ja noch so ein bisschen den Innenhof. Ich weiß nicht, was ich euch das letzte Mal gezeigt hatte. Ich weiß auch nicht, ob ich hier auch euch hier hinten schon gezeigt habe, die wir hier eingerichtet haben. Die haben wir genauso zu. Oder dasselbe, die immer. Ich glaube, das hatten wir das schon mal. Nee, das hatten wir mal so. Mit einem normalen Mal. Das habe ich nicht geguckt. Genau, irgendwie so. Wo bist du denn? Ich bin im Studierzimmer. Du bist ja beim Kordinall persönlich. Genau, hier ist sein Büro, von dem der die wunderhöhliche Festung leitet. Äh, Abtei? Festung. Käse. Münster, Winn. Moment. Hier. Alter, wieso ist das jetzt schwarz? Cool. Vielleicht wegen der Beleuchtung, weil du hier blaues Licht hast. Was tut es? Es leuchtet blau. Äh, ich brauche es irgendwie nicht. Äh, das ist allgemein schwarz, dein Banner. Äh? Sollte eigentlich blau sein. Ich habe das gerade aus dem Ende dargenommen. Es hat schon wieder darauf veröffentlicht. Schwarz verfärbt, das mich verarschen. Na gut, hängen wir uns Ende auf. Aber das mit dem schwarzen Audi schlecht aus, muss man auch anlassen. Hatte was, ja, aber das ist ja, naja, das ist ja keine Piratenabteil. Hier ist sein Schlafzimmer. Ja, also er kann direkt von der Puff-Nische, kann er direkt hier ins Büro lachen, kann sich dann hier vorbereiten. So, seine Kunden anlegen. Pass auf, warum er die tragen, meistens schwarz und weiß und so, das ist ja, wie die aussehen. Ich habe dich genau noch nie gesehen. Da gibt es hier daneben, das gibt es so, wenn er dann schüchtern Hunger hat, so, und aus der Bodenhäsche kann man dann erstmal hier im Speisezimmer, kann man hier erstmal... Äh, Füße vom Tisch. Lecker. Ja, kann ich erstmal lecker was rummaus gibt, hier einwerfen. Ja. Moment. Hunger! Essen ran! Oh. Äh, 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 jetzt kommst du dran? Jetzt mal. Irgendwie fehlen hier ein Schulter. Ach so, das ist die Puff-Nische. Das ist die Puff-Nische. Ja. Und das ist hier, das hier, das, äh, 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 wo hier die Artefakte drinnen sind, das ist dann hier. Ja. Wenn er dann aus dem Büro kommt, dann geht er in den Raum, möchte ich mir die Artefakte aus und mal und so weiter und so weiter und so weiter. Was fehlt? Was? Was? Das ist eine Leitkiste. Brot! Das wurde mit der Kartenaktualisierung ja leider aus der Kiste wegrationalisiert. Ja, komm, die hatten einfach zu viel Hummer. Weiß nicht, ist es so wirklich egal. Wohl alle. So, das oberste Stadtwerk hab ich schon fertig gemacht. Das hab ja nun schon zum zweiten Mal fertig gemacht. Ja, muss man ja dazu sagen. Wenn die immer, wenn die Leute immer noch spielen, bevor das Achtet rauskommt. Ja, so muss die scheiß Fahne halt sehen. Ist das Bomber. Gibt mir jetzt die Fahne, ach nee, es geht ja nicht. Ich mach's später. Jetzt hast du abgeballt. Ah, ich mach's später. Scheiß drauf. Kann man das ja nicht irgendwie... Geht das mit... Schwarzes Bomber. Tatsache. Ja, doch schon wie, ich weiß es mir nicht. Du kannst die Nähe von mal nehmen und kopieren oder so.